richtig gut mit jungen bei warte wenn es sowas gibt dann kann ich hier um baller sit down please so dahinten liegt schon ein sammeln ja ja ein wasserfall hier wieder alles so eng stehen schon wieder so viele schöne kisten rum heute Ja, da war Dampf. Noch so viel. Oh, ich will weg. Eckhardt. Ungefallen. Ja. Ja, die Russen kommt. Ja, diese Käfer sind ganz schön aggressiv. Ja, ja. Oh, aber ich habe einen Eigenschaftenpunkt gekriegt. Oh, Mann. Alter, wie der auf mir rumhakt. Oh. Ich mach sie fertig. Oh. Ja, das war's. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist so eng da und so viel Viecher. Ja. Die wollten mich immer alle zum Klassentreffen einladen. Ich habe gesagt, ich nehme an so einem Scheiß nicht teil. Mann. Mann. Dann sind sie sauer geworden. Auf jeden Fall. Aber ich nehme mal ein Maschinengewehr. Vielleicht kannst du sie jetzt überzeugen. Ja. Wollen sie Zeuge Jehovas werden? Ich habe den Unfall noch gar nicht gesehen. So. Wir haben uns gesehen. Ja, das stimmt. Ja. 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 Hier ist Kiste. Warum? Munition ist ja wirklich so eine Sache. Obwohl, äh, sammeln mal ein. Weil bei mir ist alles voll. So. Ah, Kiste, Kiste, genau. Ist leer. Okay. Wie kann denn sowas passieren, dass du genug Munition hast? Ich weiß auch nicht. So, ich habe zwei Eigenschaftspunkte, die ich mal vergebe. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt hier nicht mehr so eine große Schnauze haben, ne? Es tut mir leid, Pocahontas. Hörst du sowas auch? Ja, Kanterreit ist das, ne? Ja. Kannen-Mai-Kanterreit. Hm, genau. Achso, du bist... Bei dir läuft's, oder? Ja, alles gut. Also. Oh. Was ist denn hier, Will? Das Problem war, ich habe die... Oh, scheiße. Ich habe die beiden Söhne fertig gemacht. Und da kam die Mama. Ja. Mach ihn kaputt. Oh, jetzt kommt da noch einer. Ja. Oh, super. Oh nein, da kommt auch dieses komische Schrei-Hals-Ding. Oh, nee. Ja, ja. Würde ich hier als Klingelton einsetzen. Endlich. Oh. Echt. Das war sehr gute Arbeit. Das ist aber auch eng hier, ey. Ja. 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 Meist beschwert man sich bei sowas nicht, aber hier ist es ungünstig. Genau. Eng ist ein dehnbarer Begriff, ne? Ja. So. Ist hier ein Geimgang? Nö. Ich sehe noch keinen. Das schöne Kartoffelregal. Nur die Kartoffeln fehlen immer. Oh nein. Da ist wieder das fette Ding. Alter, ich bin schon wieder am Boden zerstört. Ich muss mich mal kurz zurückziehen. Alter, der Dicke mit seiner Figur, ey. Und dann hat trägt er noch ein String, ey. Allein dafür müsste man hier schießen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Munition für den Dicken habe. Er frisst ganz schön viel. Oh oh, ich bin in der Ecke. Oh. Ja, den zu messern ist, glaube ich, zu risikoreich. Ach, den gabele ich. Hahaha. Gabeln ist auch geil. Löffeln wäre gut. Jam, jam, jam. Ja. Alter, mir fehlt noch eine Kugel. Ja. Ja. Komm zu mir. Da kannst du mich wiederbeleben und Munition einsammeln. Oh. Das war's jetzt. Ich wollte ihn tatsächlich messern, aber es ging. Ja, der ganz schön dampft, der Kollege. Ja. Er war so geizig mit Munition. Echt. Mann, Mann, Mann. Das machen nix. Ne. Haben wir noch einen Punkt? Nö. Oh. Der ist schon tot. Nö. Ich wollte ja nochmal gucken, ob seine Schuhe kugelfest sind. Oh. Wieso kann man den hier nicht? Der ist wie. Der stirbt. Oh nein. Hier ist ja noch einer. Vorsicht. Oh. Oh. Zum Glück mögen die nicht beide. gemeinsam gestern. Oh,cirb. Oh. Oh. Ini. Geradeaci. 什. Iide. Stöemmisch. Nein!